Was in dieser Folge geschehen wird Abonniert aber! Alter, Alter, Abonniert, Alter, Abonniert, Alter, Abonniert, Alter, Abonniert! Rein hier! Haben wir alle Sterns? Ja, wir haben einfach alle Super-N und alle Sterns. Das ist so... Ah, der haut aus, der haut, der haut, der haut... Nee, ich bin aber irgendwie grad auch voll gut so... Wo ist das Knie, ey? Der ist einer weg! Ich komme! Ich bin nicht für den... Einer down? Ich bin nicht, aber eben, das war krass von mir, oder? Ja, ja, ja! Digga 3! Oben... Ich land hier, ich land hier blau... Ja, ich hab nicht mehr geschafft, sorry! Ich hab den Pump und ne MP, digga, die Gegner sind tot! Nice! Einer bei mir? Pass auf, auf, auf! Unten bei uns, unten bei uns, ja, ja! Halt sie zusammen! Einer, white, geh mal weg, mach mal weg, mach mal weg, mach mal weg! Ah, noch hier, ich hab ne Waffe, nice! Digga, was war denn das für ein Voice-Grid? Schön, um, um, einer noch! Oma ja noch! Der ist so... Ich so... Ich kann uns heute alle zählen... Äh, komm! Halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Komm, mal unten hier, hier ist noch ein Luke, hier ist noch ein Luke! Ja, ja, ja! Ich hab ein Bigging! Mh, die... Ist so... Ich hab dir die Birne in deinen Kopf schmissen oder sowas! Einer hielt sich irgendwo? Ah ne, das ist hier, ne? Um sich auch von der Hände, Gegner! Oh! 2, 3, die da Hände! Schön, schön, schön! Äh, hat da der Eon! Ich hab ein, äh... Ich kann... Ich kann... Hielt sich irgendwer, hielt sich irgendwer! Direkt hier, direkt... Hä? Äh? Matteo, drop schnell! Ah ne, ah ne, das ist von euch! Ach so! Die ist da hinten! Die ist da hinten, Digga! Lust, Digga! Digga! Alles gut, was wir messen! Gegner, Gegner, Alter! Ich hab Anzeige bekommen! Ja, ich hab auch... Das Pferd da weg, aber... Mit Auto, mit Auto! Ich probier von oben zu snipen! Ich hab einen Sniper! Da ist noch... Du hast noch... Da ist noch... Aber egal! Die können wir pushen! Ja, ja, hinten! Die können wir pushen! Vielleicht! Aber ich weiß... Habt da jemand... Ah, ja, Muni! Oder Pump Muni! Nein! Ich hab... Ich hab was! Ich hab hier hinten ein Magazin für dich, Pumpen! Jetzt kommt der dritte Schuss! Keine Metz, Digga! Ey, bin nix! Ich hab Pumpen für dich! Ja, ist gut! Ich muss oben und rumkommen! Ein ganzes Drehorni! Fuck! Oh nein 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 nein! Oh, hier! Vor mir auch! Komm schnell 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 schnell! Ich hab... Ich bin aufgehauen! Ja, hier vorne! Hier vorne! Wo liegt... Ey, Jungs! Jungs! Ich bin... Ich bin... Ich bin vielleicht... Ich bin vielleicht nicht drin! Achtung, wir kommen! Wir überfahren! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Nix! Nix! Du kannst mich denn... Nix!! Nix! 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 Ich hab die Puschen! Ich hab die Puschen, ist mir egal! Wo ist der Genott? Ich hab keine Metze... Ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe! Ich hab keine Metze... Ah, kurz gehen jetzt, komm zu... Nix! Nix! ich freu die ich freu die an vielleicht wird 40 angefeuert eingefeuert er ist genau da bin ich habe nur ein ein paar schuss ich habe auch keinen aus dem auto 86 der rote da der rote ich habe keine mit der anzeige Ich hab zwei Leute in Wampum gedrückt Let's go Zehn Schuss noch Let's go Der war recht low, der war recht low Ich hab zwei Leute in Wampum gedrückt Willst du die Armst? Egal, gönne die, gönne die Ich spiel die im Kader Ich hab nur 10 Schuss Ich hab nur 10 Schuss Ich hab nur 15 Schuss 2,31 Let's go Wir haben ganz Oh ne ne, kommt noch einer Jo Leute, ich bin ganz normal entschuldigen Denn hier hat sich das Video kurz aufgehangen Das war nicht meine Schuld Das war irgendein Fehler in OBS Tut mir leid Aber gleich sollte das wieder passen Warte, warte, ich hab nur nicht Abonniert 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 dann sind wir acht leute was geht hier ab leute ich bin ich bin hinten am das ist so geil diese runde ist so gerne verlieren ist nicht schlimm sprachen lernen das ist ein dynamo den du kopfgeld gemacht ich gehe auf den namen einer sieben dreißiger ist hier oben der namen 80er kriegt die von hinten rein ready for the ready for the ready for the ready for ich bin aber ich bin aber ich habe wohl mehr was machen wir jetzt mit dem sprachen lernen was geht hier ab dinger was geht hier ich habe ja ich habe hier es kommt ich hab 300 ich hab 300 ich hab 30 Schuss ich hab 30 Schuss ich hab 30 Schuss ich geh hier nochmal hier ist der hier ist der noch einer ein Solo glaub ich ne auch noch 2 er will mit 2 der Men abhauen ich versuch's dir zu verfolgen von hinten von hinten er ist vor mir vor mir vor mir von hinten noch andere Gegner ein Trio wir brauchen jetzt deine Hilfe ja ich bin da ich bin da ich bin da hast du eier am Mund ich hab nur 10 Schuss ja ich hab 400 ich hab auch was chill 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 die kommen dann komm mal die holen die so ich hab nur da oben ey bei nix hier komm her schnell jungs die pushen ja ich sehs von oben ey von oben auch noch entweder nix hier nimm die ah ich hab schon das ist gut ich weiß nicht die ich brauch Hilfe ich brauch Hilfe 18 Rechte äh 18 Rechte 2 18 Rechte der ist cracked hast du ein Rutschließen vielleicht oh Gott oh Gott von hinten noch sind auch eine 18 Rechte alle 18 Rechte verteilt hier ich hab nur noch ein Bigi ich hab ein Bigi für dich der andere ist quick aber ich werd gepusht jungs ich brauch Hilfe ich muss ja kurz Mini zum Bigi packen okay oh Gott oh Gott macht keine gute Idee shit 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 oh Gott brauch Hilfe let's go jungs was machen wir hier was machen wir hier heute reicht eine gute zeit zu spielen wollen wir die wk oder pushen was ich versuche die spiderman rauszuwerfen ja herausgeworfen hat haben wir kommen mit haben bekommen wird aber auch gesprayt mit geburt ein 40er in 40 erhebte pusty ich komme zu übernixen ich bin kurz bg in der box vom riesen expert ich komme oh mein gott hier überall welche überall welche 290 erzweißig boi ist noch einer Nein, Leute, Leute, ich brauche Hilfe. Ist in meiner Box drin. Er ist cracked, er ist cracked. Digga. Wie viele sind da Leon? Let's go, Digga. Der unten hat noch minus 70. Warte. Es ist gut, es ist gut. Der war cracked. Let's go, Digga, let's go. Was machen wir hier? Was? Hilfe, ich habe sechs Kills. Noch einen Kills, dann haben wir Trance-Bomb. Ich habe neun Kills. Ey, das ist so, oh mein Gott, Digga. Digga, oh mein Gott, nur noch, äh. Das ist, nee, das ist heute, ich weiß nicht, was heute los ist. Sieben Leute noch am Leben. Und ich bin gerade kalt reingegangen, denn davor war ich off. Ich auch, er wollte eigentlich ins Gym gehen. Ich auch, ich auch. Ich auch, ich auch. Ich wollte gerade in den Duo Halbcup gehen. Ja, ja, genau, ich wollte mit Team Duo Halbcup gehen gerade. Oh, es kommt welche. Aber es ist halt noch sieben am Leben, ne? Also ich glaube, das sind zwei Trios und ein Solo könnte sein. Also wir rechnen, wie wir uns drei wechseln, doch, äh, sieben Leute und drei. Ich frag mich, wie diese Typen nimm mal 80 Schuss haben. Ungefähr zwei Trios, zwei Trios und ein Solo. Habt ihr zufällig noch einen Wig mit? Kurz mal Double-Edge. Ne, leider nicht. Der Spider-Man, alles gut. Jetzt muss ich dich nach Holz fragen, weil ich hab jetzt nur noch 55. Danke, danke. Komm mit, wir gehen nach da, wir gehen nach da. Nix, hast du jetzt auch mal was gemacht? Ja, ja, hab ich, hab ich, hab ich. Let's go. Achtung, da, da Solo, da Solo. Ich spreche von oben um, ich spreche von oben um, ich spreche von oben um, ich spreche von oben um. Let's go. Schön, Jungs, schön. Wir haben 20 Bombs, wir haben 20 Bombs. Ich hole mir kurz die Pilze. Alter, chill, chill, ich hole mir kurz, ich Pilze, ich hole mir kurz die Pilze. Hier wird Massaker gerade gemacht. Ja, hab ich dich auch immer verlaust. Jetzt sind noch zwei Leute unten. Kommt zu mir, kommt zu mir, hier. Hier, vielleicht, wir wollen. Die haben ein paar Hits, die haben Minus 60. Richtig low, richtig low, komplett low. Ey, der hat einfach gesquaggeteilt. Oh Gott, noch einer hier. Noch einer hier. Boah man, ich hab voll Hits von denen bekommen. 3 und 2, noch ein Solo. Oh mein Gott, Digga, was ist das, Leute? Warte, warte, chill, chill. Was ist? Oh mein Gott. Ey, das kann sie... Nein, das ist heute... Ich hab 5,000. Ich hab 7,000. Ich hab 7. Ey, jetzt fühl ich mich wie Rob, Nick, weißt du? Wir haben die ganze Lobby zerstört. Warte mal den Spitzacken, warte mal den Spitzacken, den Solo. Warte mal den Spitzacken. Das wär's noch, Digga, jetzt. Das wär's noch. Warte, vielleicht ist der hier drin. Nee, ist der nicht. Aber guck, Zeck, dein Ziel will only one haben. Na ja, Luis. Oh, da ist wirklich da. Der ist da, der ist da. Warte, ich will zack, ah ne, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Warte, warte, ich komme ein Spider-Man nach oben. Der holst du's. Der ist Crack, der ist Crack. Wo ist der? Oh, ne, noch nicht, noch nicht Crack. Ich hab den Crack gemacht. Er ist einer. Ah, da ist der. Oh, warte, soll ich den nehmen? Kann ich den holen? Ja, ist gut, die können... Das ist gut, Leute, Team, Team. Let's go! Let's go! 20! Oh mein Gott, diese Runde war heftig. Ach du Scheiße, Alter. Ey, Dinger, jetzt mal Foto machen. Junge, und dieser eine Typ meinte eh mich als Scheiße, Junge. 20er-Bomb. Nee, 24er-Bomb.